Ich hab keinen Bock zu erfrieren. Es ist so kalt draus. Armin, dein Handschuh. Alles ist nass. Armin, alles ist nass. Jetzt wird's richtig ernst. Fritz! Ja? Ich weiß jetzt ernst, guck, das Dach ist weg. Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Ich komme mit einer neuen Folge von Zwei Marien. Wir sind immer noch im Tiny House. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, sofort drüber gehen. Und ich bin nicht alleine, ich hab ein Dulli dabei. Moin, Servus, moin. Wir beide versuchen hier zu überleben. 24 Stunden, wir wollten Feuer machen. Und die Nacht überstehen. Los geht's, komm! Okay, dann mal los. So, wir brauchen Holz, Feuerholz. Aber ist dir was aufgefahren? Wo machen wir denn das Feuer? Na, direkt hier vor. Direkt, dass der Rauch reinzieht und wir sterben. Weißt du, was das hier eigentlich ist gerade? Das ist geballte Survival-Kraft hier. Double Power. Worauf wollen Sie denn raus, Herr Survival? Wollten wir eigentlich nicht auch mal Naked Survival drehen? Leute, schreibt in die Kommentare, ob wir mal Naked Survival machen sollen. Mann, das ist schwierig, das brennt auch nicht. Das ist klitschnass, ich sag's nur schon mal. Warum hast du das denn auch, wo hast du denn das hergeholt? Aus dem Baum. Komm, lass mal machen. Was, können wir, ich mach, ich hab mehr Helmacht als du, mein Freund. Völlig verpufft der Mist. Wollen wir in so einer, in so einer blauen Feuerschale das Feuer entzünden? In so einer blauen Feuerschale. Wir können hier kein Plastik abfackeln. Wenn das Greta sieht. Ich mach bald übrigens mit, bei mir auf dem Channel mit Greta, 24 Stunden Biwak. Hab schon mit ihr es abgeklärt. Wie würdest du diese Technik nennen? Holzspalten. Ah, interessant. Na, ist trocken. Ist es auch. Musst du mal Anleck-Test machen. Anleck-Test? Ja. Dann merkst du es. Wirklich so. Ja. Zieht der die Zunge rein ins Holz, ist es definitiv trocken. Bisschen die wenigsten, aber es ist der beste Trick halt. Absolut. Soll ich nochmal ein bisschen richtigen Reisig sammeln nochmal? Ich dachte, das war schon dein... Nee, das war die Spaßvariante. Alles klar, gut. Dann machen wir die ernste. Das ist auch immer so ein Punkt, wo ich einfach sage, das kann ich mit mir nicht vereinbaren, weil es geht ja tatsächlich um zwei Menschenleben. Der lässt auch schon wieder im Hintergrund, der denkt, ich kriege das immer nicht mit, ne? Ist doch lächerlich, so mit so einem bunten Haus und so weiter. Aber ganz ehrlich, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, wie nah an der Realität findet ihr das? Habt ihr einen Schlüssel vergessen oder verloren und ihr habt nur das, auf der Terrasse zu stehen? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wirklich. Anders. Habt ihr eine andere Idee, was auf der Terrasse stehen könnte, was ihr das Leben retten könnte? Außer so ein Tiny House oder so ein Spielzeughaus? Auf meine Kommentare. Habt ihr das jetzt ein bisschen eingeschnappt, oder was? Haben wir gerade Streit, Martin? Haben wir? Haben wir gerade einen Streit? Haben wir einen Streit? Ich frage dich nur. Ich möchte diese Frage einfach gar nicht beantworten. Achso, redest nicht mehr mit mir. Ich sage mal so, ich lege das mal hier in der Schale ab, okay? Weil dann wird es nicht so nass. Ich habe auch das Gefühl, dass du mich irgendwie so ein bisschen piesacken möchtest. Martin, ich weiß nicht, warum du mich so einschätzt, da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Gut, also ich würde jetzt sagen... Zitteknaller. Für alle die, die noch niemals damit Erfahrung hatten, ich erkläre es nochmal gerne, ich habe es zwar schon oft gesagt, aber... Könnt ihr einfach bei mir vorbeigucken, ich habe da extra ein Video zu gemacht auf meinem Kanal, da erkläre ich das. Merkt ihr, diese Ader? Diese Ader an der Seite wird immer größer bei ihm. Sorry. Lange Rede gar keinen Sinn. Es geht einfach grundlegend darum, dass wir jetzt... Der Unterschied zur Birkenrinde, zur normalen Rinde ist... Ätherische Öle brennt auch bei Feuchtigkeit. Gut, damit haben wir es auf den Punkt gemacht. Wichtig ist natürlich, nicht einfach nur einen Funken draufschmeißen, sondern die Oberfläche etwas anrauen, das kann man wunderbar jetzt gerade hier sehen. Funktioniert super. Ja. Da ist das Ding. Wir kümmern uns jetzt noch ein bisschen ums Feuer und melden uns zurück, sobald wir halt das haben, was wir eigentlich wollten, und zwar ein großes. Damit wollen wir euch ja nicht langweilen, weil das dauert jetzt echt einen Moment, bis du halt echt so ein Feuer hochgezüchtet hast. Das bedarf auch echt ein bisschen Geduld. Also Fritz hat jetzt eine Technik, um seine Handschuhe zu trocknen. Übrigens, wir haben das Feuer jetzt einigermaßen in Gang gekriegt. Ich habe mir was anderes überlegt, weil meine Handschuhe sind auch komplett durch und es gibt nichts Schlimmeres als nasse Hände. Ich werde mir einfach meine Handschuhe so rum hier draufstecken, über das Feuer halten und hoffen, dass sie nicht verbrennen. Das Gleiche kann man auch mit Socken machen. Also wenn man dann irgendwann den Punkt erreicht hat, wo die Füße so nass sind, dann kann man einfach auf die Socken hier drüber stürpen. Ich muss mal ein bisschen Holz sammeln. Passt du auf, dass die nicht abfackeln? Ja, gut. Na klar, Martin. Ich mache einen Schwingung. Oh, rauch im Auge. Martin! Martin, dein Handschuh. Der Handschuh. Die Situation mit dem Handschuh, das ist natürlich ein bisschen ungünstig gelaufen. Da konnte ich ja jetzt auch nichts für. Rauch im Auge und keine Ahnung, das tut mir auch leid. Was ist? Ich glaube, der wurde kurz vor einer Flamme geküsst. Was hast du denn gemacht, Mann? Ja, rauf im Auge. Ich habe den noch... Das Ding ist heiß, das ist los, ey. Ich habe den noch gerettet, aber der lag mittendrin. Ich glaube ihm kein Wort, dass das aus Versehen passiert ist. Never. Never ever. Das war pure Absicht. Nee, das muss nicht so. Zieh den mal an, der geht noch. Ich war hier, vor einer Flamme geküsst, irgendwie kam er auch ins Auge und dann, ich weiß auch nicht, was passiert ist, da lag der drin. Komm, der geht noch. Hörst du mir nicht zu? Wenn ich sage, mir geht's ***, alles ist nass, alles ist nass. Du verbrennst meinen Handschuh. Nee, 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 nein, Martin. Nein, Martin, nein, Martin. Raffe dich. Mein lieber Freund, mein lieber Freund. Martin, raffe dich. Raffe dich. Sympathisch, aber man kann's unterhalten. Jetzt reicht's mir. Oh, oh. Er geht nicht schlafen. Gute Nacht. Danke. Nee, hab ich keinen Bock. Das geb ich mir nicht. Du bleibst draußen, ich bleib hier drin. Okay. Weißt du? Okay. Das muss ich mir nicht geben. Ich bewege mich nicht. Zurück, zurück. Was, zurück? Du musst zurück. Ich bewege mich nicht. Zurück, das geht kaputt hier. Warte, ich hab Angst, dass es kaputt war, wenn ich zurückgehe. Mach erst die Schulter rein. Genau. Das war aber nicht original. Kommt da Wärme an? Das war ja eigentlich das Wichtige, warum wir das Feuer gemacht haben. Ich hab Durst. Du hast denn nur was zu trinken hier? Ist das dein F***ing Ernst? Ich will da was trinken und dann sehe ich da seinen kleinen Puppelkopf über das Dach. Das war einfach in Reichweite. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich gerade drauf bin. Was ist denn jetzt passiert? Warum vergeudet er pures geiles Trinkwasser und spuckt mich an? Warum? Fritz, warum? Ey, das geht's doch nicht. Schluck oder runter? Ja, war's gut, oder? Schluck es runter. Schluck es einfach runter. Lass es, egal was du gerade vorerst, lass es. Lass es. Ja, spuck da noch rein. Ich raff's gerade nicht. Warum willst du mich unbedingt anspucken? Nein, ich höre jetzt auf. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich weiß es nicht. Erst verfuckst du meinen Handschuh, dann spuckst du mich an. Entweder ist es wie früher in der Schule, wenn du jemanden magst. Nein, nein, weiß, woran es liegt. Jetzt kommt es. Ich wollte einfach mal die Stimmung wieder ein bisschen hochbringen. Ich habe das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht. Ein wichtiger Punkt beim Überleben ist die Psyche. Ja, die Psyche. Und ich dachte mit einem kleinen Scherz auf deinen Nacken, heben wir die Stimmung wieder ein bisschen. Ich gehe mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz. Ich trinke auch noch ein bisschen was, okay, mein Freund? Für später. Komm, jetzt können wir mit reinnehmen. Ich stelle das hier schon mal rein. Ich schicke jetzt die Kamera, Leute, in den wohlverdienten Feierabend. Und wir beide stellen uns eine Feste auf und gehen dann rein mit den GoPros. Das fände ich gut. Dann sage ich Gute Nacht, Freunde. Und wir beide gehen jetzt rein. Ob wir das hier überleben, ob wir beide klarkommen, der hat sich eine Stunde ab auf dem Kopf. Der bleibt auf jeden Fall dabei. Denn jetzt wird es richtig ernst. Ich komme jetzt rein. Komm rein, Martin. Ich habe dich lieb. Wirklich? Ja. Oder sagst du es nur so? Nee, das sage ich auch, weil ich es ernst meine. Oh, ich habe dich auch lieb. Das wird eine Nacht, die geht ins Guinness-Buch rein, ey. In das Guinness-Buch der bescheuertsten Nächte. So, Tür ist zu. Na gut, wollen wir versuchen, ein bisschen zu pennen? Bin ich dabei. Alles klar. Gute Nacht, Martin. Gute Nacht, Fritz. Fritz, noch nicht schlafen. Ich bin noch nicht müde. Also, ich bin schon müde, aber dann unterhalte ich mich mit den Leuten. Meine Füße fangen an zu kribbeln. Ist mir egal. Meine auch. Leute, schreibt mal rein. Von 1 bis 10. Was ist das hier für ein Gemütlichkeitsgrad? Was ist denn für dich der Gemütlichkeitsgrad hier? Das sage ich nicht. Aber ich bin gespannt, was die Leute denken. Haut mal rein. Von 1 bis 10. Boah, wenn ich pinkeln muss, gehe ich heute noch safe nicht aus. Aber was machen wir denn als Nächstes? Die Leute haben bestimmt ein bisschen Bock. Was Schönes. Ich möchte doch einfach nur mal was Schönes machen. Ich möchte einfach nur was Schönes machen. Guck dir jetzt mal Retalk. Guck dir mal die ganzen anderen YouTuber an, was die machen. Ja, stimmt. Ja, irgendwie, keine Ahnung, sitzen da schön im Warmen auf einer Insel, sage ich mal. Gucken sich schön YouTube-Videos an, unterhalten sich mit den Leuten. Und wie meinst du das? Wie meinst du das? Ich weiß nicht, wen ich damit meinen könnte. Aber die machen schön Content. Und was machen wir? Wir hängen in Deutschland im Dezember. Es regnet, es ist kalt, es ist nass, es ist nach Rauch, es ist eng. Ich möchte auch mal was Schönes machen. Hast du noch was zu sagen? Ich meine, das könnten deine letzten Worte sein. Ich weiß nicht, ob wir die Nacht überleben. Soll ich euch mal einen Trick zeigen? Ich zeige dir mal einen Trick unter uns. Okay, ich fresse meinen Bart. Ach schön. Gut, gute Nacht, Freunde. Wir, ich melde mich mal später. Mal gucken. Ob wir das hier safe überleben? Ich habe keine Ahnung. Mir ist jetzt schon arschkalt. Okay, bis später, Freunde. Martin. Martin. Oh, Freunde. Oh, die ersten Stunden sind um. Ich glaube, er ist pennt. Oh, der ist safe eingepennt. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der macht einfach einen Knopf oder dann ist der weg. Oh, ich dreh mich hier von einer Seite zu anderen. Ich muss jetzt auch die Füße rausmachen. Oh, das geht gar nicht. Aber Gott sei Dank drehend jetzt gar nicht. Aber irgendwie wird es immer windiger, habe ich das Gefühl. Mal hier rausguckst, ist schon echt ein bisschen gruselig, ey. Wird das nicht witzig. Wird das überhaupt nicht witzig. Bis später. Also mein Motto ist ja in so Situationen, wenn was schief geht, Ruhe bewahren. Martin, Gegenteil. Erstmal ausflippen. Krass, das muss richtig böhr gewesen sein. Guck mal, selbst das hat rausgerissen. Ich sag, das ist ein Schub, weil du deine Seite nicht richtig festgemacht hast. Die blöden Penümpelwacht. Hä? Ich hab die safe reingemacht. Deine war doch nicht fest. Geh mir doch jetzt auch nicht auf den Sack. Guck mal auf die Uhr, komm ins Bett. Ich hab keinen Bock zu erfrieren. Es ist so kalt draußen. Ja, hier drinnen ist jetzt auch nicht so viel wärmer. Soll ich dein Ohr noch? Fritz, irgendwann ist auch mal gut, ne? Versuch Nummer drei, endlich zu schlafen. Und vor allen Dingen, jetzt hoffe ich... Meine Knie brennen schon. Und ich merke meine Füße nicht mehr. Das wollte ich gerade noch sagen. Ich hab meinen einfach rausgepackt. Ich hab meinen einfach rausgelegt. Wäre eine zufällige Auto ja gesucht. Ey, ohne Scheiß, die von Gamsburg ist richtig geil. Den ganzen Tag haben wir im Regen stand, trocknet ultra schnell und kam nichts durch. Sorry, aber einfach geil. Muss man auch mal sagen. Link in der Beschreibung. Das ist doch so. So alter Werbeköte. Ja, ey. Wollen wir es nochmal versuchen? Was jetzt? Zu schlafen. Ja, dann sei doch ruhig. Ja, mir ist kalt. Und lass doch mal die Kamera aus. Wir haben überlebt. Ich wäre schon schlecht eingeschlafen. Jetzt ist es hell. Ja, aber auf der Kamera ist alles rot wie bei der Rettungsinsel. Ich möchte das nicht mehr, Martin. Die Baden-Gas ist von unten völlig nass, glaube ich. Ich würde mal ganz kurz den Leuten den schönen Himmel zeigen, den ich hier seit gefühlt nach einer Stunde habe. Guckt mal, Leute, da geht die Sonne auf. Kann man in so einem Tiny House überleben? Überleben, ja. Gemütlichkeit, na ja. Null. Also ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, im Notfall eine Person für eine Nacht, für einen Abend, ja, geht klar. Im Winter, uh, schwierig. Wenn du genug Decken hast, geht das auf jeden Fall klar. Freunde, damit sind wir im Video, das ist ja bad. Ich will mich noch bei Fritz bedanken. Vielen Dank, dass du die Scheiße wieder mit mir durchgezogen hast. Leute, ihr wisst es, es dauert keine zwei Wochen und ich kriege irgendeine Sprachnachricht mit, echt, ich habe da eine neue Idee. Genau. Jetzt seid aber ihr gefragt, überleben mit, neues Format. Haut mal die Rommel-Tage rein, womit soll ich als nächstes überleben? Was Schöne? Vielleicht mit was Schönem, vielleicht auch mit einem Toaster oder einfach nur mit einer Wollendecke, keine Ahnung. Ich bin gespannt auf eure kreative Ideen. Wir beide verabschieden uns. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, weil man euch liebt. Mein Fritz war bei euch schon ganz wichtig. Er ist jetzt Twitcher. Und ich bin ne Witcher. Okay. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.